Heute gibt es ein feuriges Holder-Koch mit Äpfeln und Zwetschgen und dazu ein Hirsch-Schnitzel, aber nur ein Nussbaumplatz bei mir. Viel Spaß beim Kochen! Bitte verzehren Sie den schwarzen Holder, nicht roh. Erhitzen Sie ihn auf ca. 80 Grad, dann entfernen sich die schwachgiebigen Inhaltsstoffe. 2. Läden nach dem Pfeifen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020